In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie du in Microsoft Excel ein Liniendiagramm auf Basis von Daten erstellen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um noch mehr Videos anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und jetzt starten wir los. Liniendiagramme zeigen im Wesentlichen den Verlauf von Daten so an, dass Schwankungen und Entwicklungen schnell abgelesen werden können. Sehen wir uns dazu das Beispiel an, welches ich vorbereitet habe. Zunächst bedarf es einer Datenquelle. Es genügt vollkommen, wenn diese Daten wie folgt vorhanden sind. In diesem Fall habe ich die Daten in der Spalte A mit den einzelnen Jahren gespeichert, sowie den entsprechenden Kurs, in diesem Fall der Bitcoin-Kurs in US-Dollar. Diese Datenquelle lässt sich nun als Gesamtes in ein Liniendiagramm wie folgt überführen bzw. erstellen. Ich lösche zunächst das Ergebnis und wie erwähnt selektieren wir als ersten Schritt die entsprechende Datenquelle bzw. Datenbereich und wählen im Menü unter Einfügen. Darin gibt es nun die Option Empfohlene Diagramme. Ein Klick darauf bietet uns mehrere verschiedene Varianten an, in diesem Fall ein Liniendiagramm, wo wir den Bitcoin-Kurs entlang der Jahre schön übersichtlich dargestellt bekommen. Ich klicke auf OK und erhalte nun entsprechend das Liniendiagramm. Ich kann auch unter dem Diagramm Formatvorlagen unterschiedliche Darstellungen bzw. Grafiken mir aussuchen. Als nächstes können wir auch noch Feineinstellungen vornehmen. Und zwar kann ich, wenn ich einen Klick auf die Grafik bzw. auf das Liniendiagramm ausführe, so gibt es hier das große Pluszeichen und darin habe ich noch verschiedene Diagrammelemente, die ich in diesem Diagramm anzeigen kann. Beispielsweise kann ich die Datenbeschriftung hier anzeigen lassen. Ich kann noch weiteres angeben, ob diese zentriert, längs, rechts, unter oder andere Optionen sozusagen dargestellt werden im Diagramm. Zu guter Letzt möchte ich euch noch weitere Einstellungen zum Diagramm vorstellen. Und zwar gibt es die Möglichkeit durch einen Doppelklick hier diesen Diagrammbereich noch spezifischer zu formatieren. Hier kann man beispielsweise Füllung und Linien auf Farben vornehmen. Dann gibt es hier auch noch weitere Darstellungs- und Effektvarianten. Für uns kann aber auch vor allem der Bereich der Reihe interessant sein. Und zwar, ob ich diese auf der Primärachse oder Sekundärachse mir anzeigen möchte oder auch hinsichtlich der vertikalen Darstellung der Achse. Und zwar kann es hier sein, dass man unter Umständen diese nicht linear anzeigen möchte, sondern eine logarithmische Darstellung. Wie ihr seht, gibt es hier noch viele weitere Optionen, die ihr anwenden könnt und ist auch zum Empfehlen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, deine Frage zu beantworten und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!